Lass uns loslegen. Ein nächstes Mal gibt's nicht. Ich heiße Noah, aber das ist nicht so wichtig. Meine Nahkampfwaffe ist eine Sichel und ich verwende die Kraft der Schatten. Du kannst dich selbst überzeugen, wie stark ich wirklich bin. Lass uns ein nächstes Mal gibt's nicht. Ich erinnere mich. Der Tag, an dem meine Welt einstürzte. Es gab eine Person, vor der ich den größten Respekt hatte. Nichts konnte ihn aus der Ruhe bringen. Er war warmherzig und hilfsbereit. Trotz aller Bedenken der anderen hat er alles gegeben und ist ein Meister geworden. Mein stolzer Bruder. Er hat mir immer den richtigen Weg gezeigt und ich wollte so werden wie er. Ein Vorbild. Am Fest der Koexistenz war ich allein zu Hause, denn meine Familie war zum Äldrittturm gegangen. Plötzlich wurde die Welt in ein gleißendes Licht getaucht. Als ich meine Augen wieder öffnen konnte, waren um mich herum fremde Gestalten in dunkle Roben gekleidet, die mir eine unbekannte Flüssigkeit einflößten. Unter starken Schmerzen kehrte eine verdrängte Erinnerung zurück. Das Versprechen. Einen Tag vor der Meisterzeremonie. Der dunkle Flur. Ein dunkler Korridor. Das Mondlicht. Und mein Bruder, der mir sagte, dass ich weglaufen soll. Es war der Tag, an dem jemand, der haargenau wie mein Bruder aussah, ihn ermordete. Ich erwachte auf einem Altar und neben mir stand die Hohepriesterin des Mondes. Sie half meinem Bruder. Nein, diesem Mörder. Sie sagte mir, dass ich überleben solle und dass dies der letzte Wunsch meines Bruders gewesen sei. Ihre Entschuldigung ist das letzte, woran ich mich erinnere. Ich fiel wieder in einen tiefen, einsamen Schlaf. Ich erinnere. Ich erinnere. War alles nur ein Traum? Nein, das kann nicht sein. Ich darf keine Zeit verlieren. Ich muss herausfinden, was passiert ist. Bestimmt finde ich hier irgendwo eine Waffe. Ach, hier. Alles, alles wird gut. Eine Abzweigung. Wenn ich mich richtig erinnere, ist hier... Alles, was mir den Weg versperrt, werde ich zerstören. Monster? Wie sind die hierher gekommen? Ach, das ist nicht wichtig. Ich werde sie besiegen. Schatten geflüstert! Ich habe viel zu tun. Aus dem Weg. Die Letzt! Das war anstrengender, als ich dachte. Meine Kraft ist wieder instabil geworden. Hä? Ein Stab? Warum liegt der hier? Hä? Ist noch jemand hier in dieser Ruine? Diese Situation kommt mir aber bekannt vor. Sie lebt noch. Ich muss etwas tun. Sie braucht meine Hilfe. Das Unglück wird sich nicht wiederholen. Bist du fertig? Meine Aufgabe stand von Anfang an fest. Ich folge dem Mond. Ich danke dir. Ich danke dir. Die Letzt! Dunkle Energie! Fadig Mondlicht! Deine Zeit rennt dahin! Ich danke dir. Schattenverfolgung! Vorstürm! Ich danke dir. Spaß! Zusammen haben wir es geschafft. Sichelwurf! Spalter! Zusammen! Schließe kurz deine Augen! Zusammen haben wir es geschafft. Schließe kurz deine Augen! Schließe kurz deine Augen! Schattengeplüster! Tiefe Wunde! Ich danke dir. Ich werde dich vernichten! Ja! Ah, tut mir leid. Ein schwarzer Mond zieht auf! Ein schwarzer Mond zieht auf! Im finsteren Schatten des Mondes! Schattenfrost! Zusammen haben wir es geschafft! In eisige Schatten gehüllt! In eisige Schatten gehüllt! Schattenfrost! Ich danke dir! Ich danke dir! Kann ich dadurch mein Schicksal ändern? Kann ich dadurch mein Schicksal ändern? Kann ich dadurch mein Schicksal ändern? Ha! Ich habe es geschafft! Kann ich dadurch mein Schicksal ändern? Was habe ich falsch gemacht? Was? Was ist schiefgelaufen? Ist das das Ende? Wie oft muss ich noch? Wie oft muss ich noch? Ich zeige dir die Dunkelheit! Speiser! Gruppdur! Sichelwurf! Ich zeige dir die Dunkelheit! Zusammen! Bist du fertig? Bescheidenheit ist eine Tugend! Bescheidenheit ist eine Tugend! Du bist großartig! Danke, dass du an mich denkst! Habe ich wieder etwas falsch gemacht? Hab... Ich danke dir! Ah! Tut mir leid! Zusammen haben wir es geschafft! Bist du fertig? 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 Hallo. Nicht schlecht. Das geht nicht. Bist du fertig? Bist du fertig? Wie oft passiert das noch? Tiefen Wunden. Es ist vorbei. Tiefen Wunden. 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 對ha. Tiefen Wunden bugünbir。 Tiefen Wunden之中. Tiefen Wunden 후れ. Tiefen Wunden. Deinen Zeissbinter hin! Fahre im Grundleg! Deinen Zeissbinter hin! Fahre im Grundleg! Ich befreie dich von deinem Schmerz! Fahre im Grundleg! Ich befreie dich von deinem Grundleg! Deinen Zeissbinter hin! Fahre im Grundleg! Deinen Zeissbinter hin! Fahre im Grundleg! Fahre im Grundleg! Die Dunkelheit Die Dunkelheit Die Dunkelheit Die Dunkelheit Die Dunkelheit Die Dunkelheit War ich hilfreich? War ich hilfreich? Das Erblut wird sich nicht wiederholen Bist du fertig? War ich? Untertitelung des ZDF, 2020